Also, ich bin jetzt relativ lang Trainer und dann war ich vorher in der Fussballschule Trainer und erkennt man ja ganz viele Spieler schon lang und ich war ja auch mal jünger. Und dann ging es um dieses Du und Sie und was ich überhaupt nicht wollte ist, dass die eine Sie sage und die andere Du. Und dann habe ich einfach zu ihnen gesagt, aber das ist schon ewig her, ihr könnt zu mir sagen, was ihr wollt. Sagt einfach, was ihr wollt. Du oder Sie. Und manche wollen aber nicht Du sagen. Und dann sagt er halt nicht Du. Meistens sagen sie ja eh Trainer. Aber ich will das offen halten, weil ich will nicht, dass ein 18-Jähriger dann Sie sagen muss und der 28-Jährige sagt, hey Christian, was ist los da? Und der 18-Jährige denkt, er wird eh nicht aufgestellt, weil er nicht so ein kumpelhaftes Verhältnis zu Trainer hat oder so. So Zeug kann ich nicht brauchen. Der kann ruhig mit 18 auch du zu mir sagen. Wenn der auf den Platz rausgeht und alles umspielt und alles umgräbt, den Platz umgräbt, super. Es ist alles okay. Nur das zählt. Also mir lassen sie es völlig offen. Und die können das machen, wie sie wollen. Und manchmal ist es lustig, manchmal verfällt auch einer, obwohl er es nicht will, ins Duo und dann geht er wieder zurück ins See und so. Das ist ganz lustig, wenn wir miteinander sprechen, was mir dann manchmal so auffällt. Aber da gibt es keine Festlegung. Was ich nicht will, ist, dass die eine du sagt und die andere sie, nur weil ich ein paar schon zwei Jahre länger kenne oder weil sie älter sind als andere. Ich will nicht, dass die Jungen das Gefühl haben, sie werden da nicht gleich behandelt. Ich will nicht, dass die Jungen das Gefühl haben, sie werden da nicht mehr behandelt.